Köln, Freud und Leid liegen bei Bares Ferraris manchmal nah beieinander, Roswitha Rockstroh, 75, wehnt sich im Besitz eines Originals, was sie in der Expertise erfährt, schockiert sie dann aber zutiefst. Was haben wir denn da geiles? Entferntes ZDF-Moderator Horst Lichte, 62, gleich zu Beginn. Schnell korrigiert er sich, Entschuldigung, was haben wir denn da Schönes? Die Verkäuferin aus Heiligenhaus hat ein Bronze-Emblem mitgebracht. Im Gespräch mit dem ehemaligen TV-Koch verrät die Rentnerin, dass sie das imposante Stück einst von ihrer Chefin als Zeichen der Anerkennung für ihre Arbeit erhalten hatte. Satte 1.000 Euro wünscht sich Rockstroh für ihr Mitbringsel. Detlef Kümmel nimmt das Wappen der Schlafwagengesellschaft anschließend genau unter die Lupe. Laut Meinung des Experten hätte die Verkäuferin für ein Original bis zu 1.800 Euro verlangen können. Doch dann die Hiobsbotschaft. Leider handelt es sich hier lediglich um einen Nachguss aus den 1970er Jahren, erklärt der 56-jährige Sachverständige mit betroffenem Blick. Schließlich taxiert er den Wert auf schmale 300 bis 350 Euro und betont, das ist das Maximum. Die niederschmetternde Expertise verfehlt ihre Wirkung nicht. Das tut weh, gibt Roswitha unverblümt zu Protokoll und schüttelt dabei mehrfach enttäuscht den Kopf. Nach Experten-Schock, Händler Fabian Kahl sorgt für halbwegs versöhnliches Ende. Jahrelang war die Rentnerin davon ausgegangen, einen Original-Guss der Zuggesellschaft Kompanie Internationale des Waggons Litz zu besitzen, dessen Wappen unter anderem auch den legendären Orient expressierte. Pustekuchen Nachdem sie einen Moment lang in sich gegangen war, entscheidet sich die Kandidatin, ihr Bronze-Emblem auch für 700 Euro weniger verkaufen zu wollen. Dies ist stets die Voraussetzung, um von Lichter die Händlerkarte zu erhalten. Im Raum mit der nach Raritäten geendeten Käufermeute fällt allen aber gleich auf, dass es sich um eine Nachbildung handelt, denn am Schild würden die Bohrlöcher fehlen. Demnach war es also noch nie an einem Zug befestigt. Interesse an dem Prügel zeigen Walter Waldi-Lenertz, 57, und seine Kollegen aber dennoch. Am Ende erhält Fabian Kahl, 32, den Zuschlag. Der Thüringer übertrifft die Expertise und legt tatsächlich 420 Euro für das Emblem auf den Tisch. Für Rockstroi ein halbwegs versöhnlicher Deal.